Wir haben eine Situation, dass Robby Anderson nur von seinem eigenen Coach aus dem Spiel ausgetauscht wurde. Der neuen Kräfteverhältnisse und überraschenden Ergebnisse ist aber bei weitem nicht das einzige Thema. Ganz im Gegenteil, im österreichischen Football ist einiges los an diesem 17. Oktober 2022. Es ist gleichzeitig der 50. Geburtstag von Eminem und wer sich jetzt alt fühlt, der darf dranbleiben. Wer sich immer noch jung fühlt, der darf natürlich auch mit dabei sein zu einem weiteren Wort zum Sonntag, an einem wunderschönen und sommerlichen Montag in Wien-Meidling. Vorausschicken und ankündigen möchte ich heute zwei Gäste zum Thema NFL zu meinen, aber auch zum Thema Football in Österreich und mit dem österreichischen Football möchte ich auch beginnen und da mit dem Herrn National Team. Wir haben ja vor einer Woche Frankreich in Marseille geschlagen in der EM-Vorrunde und haben jetzt die besten Aussichten, nächstes Jahr in dieser langen EM ins Halbfinale einzuziehen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg über Ungarn und gegen die spielen wir am nächsten Sonntag um 13 Uhr SR Donaufeld und da sollten alle mit dabei sein. Also bevor am nächsten Sonntag die NFL kommt, kommt noch das Nationalteam dran. Ungarn ist am Papierform nach, jetzt sind wir der Favorit gegen die, allerdings der Papierform nach waren wir auch gegen Italien der Favorit und haben am Ende verloren. Also da wird der Fokus der Mannschaft drauf liegen müssen, um den Gegner sehr, sehr ernst zu nehmen. Wir wissen, die Fairwarnthroners, die haben etliche Jahre in Österreich Football gespielt, haben begonnen in der letzten Division, sind immer aufgestiegen. Haben kein einziges Spiel in all den Jahren verloren in Österreich, sind haben eine Perfect Season nach der anderen gespielt und gehen jetzt in die European League of Football nächstes Jahr. Also man hat sie ja nicht in die AFL leider reinlassen, weder von Anfang an noch jetzt am Ende, wobei jetzt hätte man sie gut brauchen können, dazu komme ich aber später noch. Und deswegen sind sie jetzt in der European League of Football, was aber auch bedeutet, dass in Ungarn der Football riesige Schritte gemacht hat nach vorn qualitativ und da muss man aufpassen. Max Sommer, der Headcoach, sagt dazu, nach dem äußerst erfolgreichen Auftritt in Frankreich haben wir für das Spiel gegen Ungarn zwei Ziele. Nummer eins, keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wer das Spiel gewinnen und dementsprechend ins Halbfinale einziehen wird. Und das zweite, wir haben die Qualität, werden den Fokus an den Tag bringen müssen, denn Ungarn ist ein gefährliches, motiviertes und gut organisiertes Team mit einem neuen Trainerstab samt neuen Headcoach aus Amerika. Und genauso sollten wir auch reingehen in das Spiel, noch einmal Sonntag 13 Uhr, SR Donaufeld-Tickets gibt es bereits bei Ö-Tickets, wir sehen uns hoffentlich dort. Ja und sollten wir dann einziehen in dieses Halbfinale, dann geht es nächstes Jahr dann 2023 weiter. Wir haben ja einiges schon über den Modus gehört, da gibt es auch viel Kritik eigentlich von allen Seiten, niemand hätte das gern, aber es ist jetzt mal so, sportlich sind wir natürlich mit dem Sieg von Frankreich mal super dabei und damit sollten wir auch, ja, jetzt einmal zumindest aus sportlicher Sicht zufrieden sein, wie es in Zukunft mit Europameisterschaften und der Eiffel of Europe weitergehen wird. Das steht auf einem anderen Blatt Papier und da wird sich hoffentlich einiges zum Positiven wenden in den nächsten Jahren. Wir bleiben in Österreich, wechseln aber zum Clubfootball. Da fand am vergangenen Wochenende die Ligasitzung des Verbandes statt. Das ist jene Sitzung, in der im Groben bestimmt wird, wie es im kommenden Jahr mit den verschiedenen Ligen weitergehen soll. Wer spielt wo, wie schaut der Spielplan aus, wie schauen die Konferences aus. Interessante Sache, normalerweise dauert es dann einige Wochen, dann weiß man genaueres und dann gibt es so gesammelt eine Information und einen Überblick, wie die Ligen 2023 ausschauen wird. Nicht so in dem Fall. Die Kommunikationsstrategie dürfte da jetzt sich geändert haben, beziehungsweise kann es nicht wirklich eine geben, weil der Verband als Veranstalter selbst hat dazu gar nichts gesagt, was da im nächsten Jahr noch passieren wird. Manche Vereine haben auch nichts dazu gesagt, andere Vereine haben auf ihren sozialen Medien gesagt, Hurra, wir sind total happy, wir sind aufgestiegen worden und spielen nächstes Jahr in der Division X. Andere haben dazu gratuliert und sich ein bisschen geärgert, dass sie weiterhin in der Division Y bleiben müssen. Wieder andere haben gesagt, wir sind total froh, dass wir jetzt endlich gegen das Team Z spielen können, gegen das wollten wir immer schon spielen und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kann man hergehen und die ganzen Social Media Snipplets von all den Vereinen, die da aus der Ligasitzung rausgegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt irgendwann irgendwas irgendwie, zusammensuchen und dann hat man kein ganzes, aber ein halbes Bild davon, wie denn die Ligen im nächsten Jahr ausschauen wollen. Nicht, dass mich jetzt im Oktober schon interessieren wird, was man im März spielt, nur ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass es eine Deadline gibt und man sagt, okay, wir sammeln jetzt mal alle Informationen, dann sammeln wir uns selbst und dann wissen wir, wo es nächstes Jahr hingehen wird, irgendwann am 15. Dezember und dann schickt man gemeinsam alle aus, wie die Ligen 2023 ausschauen wird. Aber nein, jetzt darf jeder auf Social Media, wann er will, wie er will und wo er will, veröffentlichen, wo er im nächsten Jahr spielt und liebe Leute, ich kann es nicht verstehen. Man will immer auf der einen Seite so ernst genommen werden, man sagt, man ist ja total ernsthaft auf die Sportart und man will dorthin, wo Eishockey ist, man will dorthin, wo quasi Fußball ist und warum die Fußballer und warum nicht wir und da macht man eine Ligasitzung, wo eigentlich die Weichen gestellt werden für den Football im kommenden Jahr und sagt, ihr könnt ja jeder auf Social Media schreiben, was ihr wollt, wann ihr wollt und wie ihr wollt. Und so schaut das Ganze jetzt auch aus. Und wenn wir schon dabei sind bei der Ligasitzung, dann kann man uns einmal kurz die AFL anschauen, da wird ja jetzt aufgestockt, nachdem Snowman nicht mehr dabei ist. Die Snowman Knights werden nächstes Jahr nicht in Österreich antreten, für sie rückt nicht am Stetten nach, weil das war der Nächste. Wir haben ja gerade die Fährewein Thronas, die haben die Division 1, also die zweite Bundesliga gewonnen, gehen aber raus aus Österreich und gehen in die Elf. Der Runner-Up wäre am Stetten. Am Stetten sagt schon seit Jahren, die österreichische Bundesliga, die AFL interessiert uns nicht, wir wollen da nicht hin, deswegen nehmen sie den Dritten und der Dritte, das sind die Sturian Bears, also das Zweites Grazer Team, kommt in die Bundesliga rein. Soweit, so gut. Wird man die Prag Black Panthers dort belassen? Also von denen hat es auch geheißen, mal kurz, das wird schwere Geschichte nächstes Jahr, denn auch in Prag gibt es im nächsten Jahr ein Elfteam und das werden die Prag Lions sein, also der Stadtkonkurrent macht eine Franchise dort und wenn man sich verschiedene Medienberichte durchliest, wo auch Verbandsvertreter zum Wort kommen in der Tschechischen Republik, dann kann man durchaus zu dem Schluss kommen, dass es für die Prag Black Panthers ganz generell schwierig wird nächstes Jahr. Noch viel schwieriger, wenn sie in der Austrian Football League spielen, weil denen wird etwas Ähnliches passieren, zumindest steht es als Szenario im Raum, wie Stuttgart, wie Frankfurt, also das ganze Vereine quasi ausgeräumt werden und seiner Franchise werden dann die in der Elf spielen. Wir wissen, die Stuttgart Scorpions spielen in der GFL keine Rolle mehr, die Frankfurt Universe auch nicht, sind jetzt die Galaxy in der Elf beziehungsweise die Surge in der Elf und ein ähnliches Szenario steht jetzt Prag bevor und diese Prager Mannschaft holt man auf gut Glauben, weil sie sagen, das wird schon funktionieren, zurück beziehungsweise wieder in die AFL und glaubt, die werden schon spielen. Und wenn man sich die tschechischen Medienberichte durchlässt, da gibt es ein paar auf der Facebook-Seite von Football Austria, sind da erwähnt, dann glauben da einige Beobachter, dass das schon im Jänner und im Februar sich dort so darstellen wird, dass die Prag Black Panthers eventuell schwere Probleme bekommen werden, um überhaupt spielen zu können. Und das sollte man beobachten, da sollte man irgendwie drauf schauen, dass das dann auch funktioniert, weil sonst steht man am Ende mit einer Neuner-Liga da. Ein Team, das fix dabei sein wird im nächsten Jahr, das werden die Salzburg-Ducks sein, die sind ja im Vorjahr erste AFL-Saison gespielt, war eine schwierige Saison am Anfang, haben einmal fünf Spiele in Folge verloren, dann vier gewonnen, das letzte dann wieder verloren, Playoffs knapp verpasst und heuer wollen sie durchstarten, aber nicht nur das, in Salzburg hat sich einiges getan, im Gegensatz zu Wien, was die Stadionsituation betrifft. Momentan sind die Ducks ja Gäste bei der SV Austria Salzburg, in diesem schönen Stadion der Austria, da kann man aber nicht auf ewig bleiben, weil irgendein Stadion, da läuft der Pachtvertrag, der Mietvertrag aus und wie sich das genau darstellen wird, in ein paar Jahren weiß man nicht und daher haben die Ducks schon längere Zeit angestrengt, dass sie ihr Football-Zentrum, ihr kleines, das sie haben, ausbauen können auf ein richtiges, noch größeres Stadion, als es zum Beispiel die Ravelinis und das Innsbrucker American Football-Zentrum ist. Und das ist jetzt auch passiert und die Stadt Salzburg hat eine Million Euro da zur Verfügung gestellt und ich habe Gerd Hallander, den Obfrau Stellvertreter der DAX gebeten, mir doch einiges dazu zu erzählen. Hören wir da mal rein, was die DAX selbst dazu sagen. Ja, wir sind alle total glücklich in Salzburg, dass es nun tatsächlich nach nunmehr über 40 Jahren Football in Salzburg dazu kommt, dass auch dieses Sportort hier in Salzburg eine eigene Sportanlage erhalten wird und im nächsten Frühjahr am DAX-Bond in Salzburg-Liefering schon die ersten Bagger auffahren werden, um die Außenanlagen, sprich den Kunstrasenplatz hier zu errichten. Weitergehen soll es dann im Herbst mit dem Bau der großen Haupttribüne mit über 1000 überdachten Sitzplätzen und allen Räumlichkeiten. Das heißt, wir werden da drinnen auch natürlich unsere Unkleiden bekommen, ein eigenes Gym, Indoor sowie Outdoor, ein eigenes Vereinsheim inklusive angeschlossener Gastro, diverse VIP-Räumlichkeiten, Büros, Physio-Räumlichkeiten, also alles, was das Footballerherz begehrt, sodass unsere Sportler auf dem Kunstrasen schon im Frühjahr trainieren oder zumindest Anfang Sommers trainieren werden können und dann die ersten Spiele der AFL im Jahr 2024 auf der neuen Anlage stattfinden werden können. Also das ist natürlich für uns Salzburger ein riesen Game Changer und es wird mit Sicherheit eine der schönsten American Football-Anlagen in ganz Europa werden, das traue ich mir zu behaupten und für uns natürlich eine tolle Sache. Wir haben die letzten Jahre ja verteilt über die Stadt Salzburg trainiert, das heißt in Nontal, in Liefering auf zwei Plätzen gespielt haben wir überhaupt von Damsweg, Monsee, Rief bis hin zu Anif, Max Klahn und natürlich auch wiederum in Liefering. Also wir waren wirklich über die Stadt wie ein Wanderzirkus und über Stadt und Land, muss man sagen, verteilt und da ist es natürlich umso erfreulicher, dass man in Zukunft ins Stadion geht und quasi das Licht einschaltet. Ansonsten hat man ja wahnsinnige logistische Aufgaben gehabt, hier immer für die Game Days alles hin und her zu transportieren, entsprechend aufzubauen. Das hat natürlich auch viel Zeit und viel Nerven gekostet, die wir in Zukunft alle ersparen werden. Das heißt, wenn dann ab 2024 tatsächlich alle Spiele dort stattfinden werden können. Ja, ich möchte mich noch bedanken bei meinen ganzen Vorstandskollegen, insbesondere bei der Familie Gattmeier, ohne die das Ganze ja gar nicht möglich gewesen wäre, dass man hier jetzt nach über 40 Jahren Football in Salzburg seine tolle Anlage bekommt. Weiters gilt mein Dank natürlich ganz im Speziellen der Stadt Salzburg, allen voran Diplom-Ingenieur Harry Bräuner, dem Bürgermeister, sowie seinem Stellvertreter Bernhard Auringer, der in der Stadt Salzburg für das Sportressort verantwortlich ist. Beim Land möchte ich mich natürlich auch bedanken, hier allen voran beim Stefan Schnöll, dem Sportlandesrat, der uns auch in all diesen Jahren immer unterstützt hat. Und ja, wir freuen uns und ich glaube, ganz Football Österreich kann sich mit uns freuen, weil natürlich bieten wir unsere Anlage auch für diverse Nationalteam-Camps an und auch für andere Vereine, die vielleicht einmal dann Lust haben, in der Mitte und im Herzen von Österreich ein tolles Trainingscamp abzuhalten. Ja, da kommt Freude auf, auch beim Blattsprecher der DAX, weil waren die Gäste, die es als quasi Gäste der SV Austria-Salzburg schon wirklich hochklassig, hoffe ich doch, dass jetzt das Ganze nochmal sich verstärkt und wenn man als zesshaft wird und ein eigenes Heim hat, da richtig, richtig eine, ja, ein Football-Hochburg in Salzburg entsteht, im Herzen Österreichs, wie er es gesagt hat, und dass das Trainingszentrum dann auch von anderen Vereinen genutzt werden kann. Jedenfalls geht in Salzburg das weiter, was man sich in Wien ja erhofft und erwünscht. Da ist man ja noch am diskutieren und da wird es ja nächstes Jahr hoffentlich irgendeine vernünftige Lösung für die Wiener Vikings geben, wenn sie dann wieder in der Elf sind. In Salzburg jedenfalls. Schaut es zumindest danach aus, als würde das in eine richtige Richtung laufen. Aber jetzt kommen wir zur National Football League. Ich war ja bis um drei in der Früh beschäftigt, heute mit den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills. War, obwohl es kein Highscoring-Game war, eine hochinteressante Partie, aber bei Weitem nicht die interessanteste. Es gibt Ergebnisse, wo man sagen muss, wer das erraten hätte, wäre heute wahrscheinlich eine reiche Frau oder ein reicher Mann. Es sind die New York Giants, aktuell 5-1. Es sind die New York Jets, aktuell 4-2. Also genauso, wie wir es vor der Saison vorhergesehen haben. Nicht natürlich. Also die NFL ist, glaube ich, jetzt am Ende einer Entwicklung angekommen, die sie ja schon vor einigen Jahren genommen hat. Nämlich sie möchte nicht, dass wir vor dem Spiel wissen, wer am Ende es gewinnt. Und genau dort sind wir angekommen. Also es ist momentan wirklich nicht mehr möglich, zu tippen, zu wetten oder zu sagen, wer gewinnt dieses Spiel. Schon gar nicht, wenn man zwei Mannschaften auf Augenhöhe hat. In Wahrheit hat man aber bei jedem Spiel zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Man glaubt es nur noch nicht. Man glaubt immer noch, es gibt den Underdog und es gibt den Favoriten. Natürlich gibt es den der Papierform nach, aber schauen wir uns einmal an, wie es steht momentan. Wir haben ja seit gestern Nacht weiterhin ein ungeschlagenes Team. Die fallen da völlig raus. Philadelphia, was macht ihr? Ihr konterkariert den Plan der Liga. Die sind 6-0 gegangen mit einem Sieg über die Dallas Cowboys. Aber da gibt es dann Konferences wie die NFC West. San Francisco, LA Rams, Seattle 3-3, Arizona 2-4. Alle vier noch dabei. Die NFC South, Tampa Bay, Atlanta 3-3, New Orleans 2-4. Okay, Carolina, da haben wir ja gesehen am Anfang, den Herrn Robbie Anderson, da geht es drunter und drüber, 1-5. Das wird schwierig werden. Die NFC North, die nimmt jetzt natürlich eine hochinteressante Entwicklung ein, weil natürlich die Green Bay Packers nach ihren Back-to-Back-Niederlagen, zwei Heim-Niederlagen, zwei Heim-Niederlagen, weil in London waren sie Heim-Team. Wann, Quizfrage, wann haben die Packers in der Ära Metal of Lord zwei Heimspiele in Folge verloren? Noch nie. Jetzt ist es aber so weit gewesen, man hat gegen die Mighty New York Giants und auch gegen die großartigen New York Jets und das sage ich jetzt ohne despektierlich zu sein, die sind richtig gut verloren und ist jetzt am zweiten Platz hinter Minnesota. Minnesota 5-1, Green Bay 3-3, Chicago 2-4 und Detroit 1-4. Also im Prinzip ist das eigentlich fast schock, Mardewiesen, sollte man sagen, für die Vikings, wenn Green Bay sich jetzt nicht mehr erfangen sollte. Die NFC ist, war mal die NFC Least ist mittlerweile eine der stärksten Divisions überhaupt. Philadelphia ungeschlagen, 6-0 dahinter, die New York Giants 5-1 und die Dallas Cowboys gestern nach der Niederlage gegen Philadelphia 4-2 und Washington mit 2-4 ein bisschen weg. Ähnlich das Bild in der AFC, in der North, haben wir Baltimore und Cincinnati, beide 3-3 und Cleveland und Pittsburgh 2-4. Also eine völlig offene Division, die AFC East wird dominiert natürlich mit dem Sieger vom gestrigen Bulls 4-Spiel am Abend den Buffalo Bills, 5-1 stehen die nach dem Sieg über die Kansas City Chiefs und 4-2 die Jets am Weg Richtung Playoffs, you never know, aber auch Miami hat noch Chancen und New England weiß man nie, wo es hingeht. Sind auch 3-3, also eventuell, wir haben jetzt sechs Runden gespielt beziehungsweise es ist heute noch ein Monday Night Game ausständig, wir wissen eigentlich in Wahrheit gar nichts und das macht Riesenspaß, die ganze NFL ist ja, jetzt durchzogen mit einer Unvorhersehbarkeit, die richtig, richtig viel Spaß macht. Weniger Spaß macht es dem Richard Durkowitsch, ihr kennt ihn vielleicht noch nicht alle, ein Freund von mir und ein Typ, der sich ja in allen möglichen Sportarten super auskennt, jetzt demnächst auch im Schach, wie ich gehört habe und der ist ein riesen Kansas City Chiefs Fan. Richard Durkowitsch, bitte kommen, ich muss mir jetzt was zum Essen machen, während ihr das Video schneit. Wie war das gestern Nacht mit den Chiefs? Kansas City Chiefs 20, Buffalo Bills 24, da ging sich kein schöner Last Minute Drive von Patrick Mahomes mehr aus, denn die zweite Interception des Spiels, die sollte dieses Ergebnis schlussendlich besiegeln. Ja, man kann jetzt natürlich aus Kansas City Sicht behaupten, an den Interceptions ist es gelegen, es war ja bereits die zweite in diesem Spiel, man kann jetzt natürlich dahergehen und sagen, das Missed Field Goal von Harrison Butker war der Grund. Bei einer Vierpunkt-Niederlage weiß ich nicht, ob man das wirklich so argumentieren kann, speziell der Harrison Butker davor mit seinem 62-Jahre den erst letzte Woche neu aufgestellten Franchise-Record übertroffen hat. Ja, letztlich muss man es wahrscheinlich eher so sagen, das war jetzt einfach eine starke, starke Leistung von der Buffalo Defense, die das ganze Spiel hindurch jetzt kontinuierlich gut Pressure aufgebaut hat. Erwartet hat man ein High-Scoring-Game, de facto wurde es dann, also ein wirkliches Low-Scoring-Game auch nicht, aber ja, gibt es nicht viel Großartiges zu sagen. Die Buffalo Bills haben ziemlich gut und klar wie gezeigt, dass sie die Nummer 1 in der AFC völlig zurecht haben und ja, spannend wird es natürlich sein, ob die zukünftigen Gegner der Chiefs diesen Gameplan der Bills auf der Defensive-Seite auch so umsetzen können. Das ist ja durchaus schon mal vorgekommen, dass sich die gegnerischen Teams eingestellt haben darauf, wenn eine Defensive Change ausgewirkt hat auf das Mahomes-Spiel und das kann jetzt natürlich wieder passieren, aber es kann jetzt natürlich auch einfach sein, dass dieses Spiel letztendlich gezeigt hat, da sind die zwei stärksten Teams der AFC aufeinander getroffen und eines der beiden hat halt gezeigt, welches das Stärkere ist. Panik ist noch keiner angebracht unter Chiefs-Fans, aber Wissen darum, wo man steht und kein Satz ist danach gegenüber Chiefs-Fans jetzt am häufigsten gefallen als man wird sie ja wahrscheinlich nochmal treffen. Wahrscheinlich. Ja, lieber Richard, ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Im Vorher war es ja so, da haben die Bills in der Regular Season die Chiefs geschlagen, im Playoff hat man sich dann im Divisional-Playoff wieder getroffen und da haben dann die Chiefs zurückgeschlagen auf dramatische Art und Weise. Das war ja dieses Wahnsinns-Spiel da zwischen Bills und Chiefs und möglicherweise wird sich das heuer wiederholen und das wäre eine schöne Story, weil diesen beiden Teams sind nach dem, was ich gestern gesehen habe, in der AFC für mich die zwei besten Teams. Immer vorausgesetzt dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass du nicht weißt, was du jeden Sonntag aufs Tablett bekommst und du auch nicht mehr sagen kannst, wer gewinnt. Und das macht riesigen Spaß. Die NFL-Saison ist jetzt dann demnächst in ihrer siebten Woche. Heute Nacht gibt es noch ein Monday-Night-Game zwischen Denver und den Chargers. Ich glaube, da wird der eine oder andere auch munter bleiben, um das sehen zu wollen, weil das war der sechste Sonntag von insgesamt 23 mit NFL. Six down, 17 to go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.